Ich bin hier mit meiner Mama. Ich habe zwei Brüder und zu Hause können wir halt nicht so viel zusammen machen, weil Stress, Arbeit und dass wir einfach mal Zeit für uns haben können. Ich war am Rande meiner Kräfte. Die Zeit erstmal hier anzukommen hat schon gut getan, weil man aus dem Alltagsgeschehen herausgenommen wurde und für mich ganz persönlich gemeinsam mit meiner Tochter hier ganz viel Zeit zu verbringen, aufzutanken, zur Ruhe zu kommen und schöne Dinge für sich zu erleben. Das ist das, was mir jetzt geholfen hat. Man findet hier gute Freunde und man kann hier auch was erleben. Man macht schöne Aktivitäten und die Gruppe ist echt toll. Da machen wir auch zwischendurch Ausflüge und Mama ist viel entspannter. Das ist schön. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 9834362. Einen VW ab gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 6451711. Entdecken Sie die neue Indoor-Wasserwelt vor den Toren von Deutschlands größtem Freizeitpark. Ein Wochenende in beiden Parks, welche bald wieder für Sie eröffnet werden, inklusive Übernachtung, Verpflegung und Parkeintritt für die ganze Familie gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 1469436. Einen VW Turan Comfortline gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2445353. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 3671908. Um kurz vor acht geht's weiter.